Schönen guten Tag vom Ferienweingut der Beiserhof in der südlichen Weststeiermark zwischen Wies und Aiwieswald. Den Beiserhof gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert und es hat schon viele, viele Varianten gegeben da am Hof. Wir bewirtschaften jetzt acht Hektar Weingartenfläche, haben Urlaub am Bauernhof und auch gerne Landwirtschaft mit unseren Durog-Schweinen. Seit 60 Jahren haben wir schon die Sommerfrische. Wir haben vier Ferienwohnungen, fünf Winzerzimmer und eine Weingartensuite. Dazu natürlich trinkt man gerne ein Glas Wein und unsere Hauptweinsorten sind der Schilcher, der gelbe Muscatella und der Sauvignon Blanc. Am Abend setzt man sich zusammen mit einem Glas Wein und da isst man gerne ein Jausel dazu und da kommen dann unsere Durog-Schweine ins Spiel. Angefangen hat es mit einer Muttersau und zur Zeit haben wir dann zwei, einen Eber und zwischen zehn und zwanzig gerne im Freilaufstall bei uns direkt am Hof. Und für mich ist die Landwirtschaft einfach mehr als nur zu arbeiten. Es sind jeden Tag neue Herausforderungen, du lernst jeden Tag neue Sachen und du siehst einfach wie das Lehm am Hof ist. Und genau das will meine Kinder weitergehen für die Zukunft. Musik